Das hier vorgestellte Produkt wurde mir kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt. Der Inhalt spiegelt ausschließlich meine eigene Meinung wider. Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Video. Ja, ganz besonders warum? Ich halte hier einen Prototypen eines Slim Wallets in meinen Händen, den es so frei verkäuflich noch gar nicht gibt. Heißt, dieser Prototyp ist Bestandteil einer Kickstarter-Kampagne. Kickstarter für diejenigen, die damit noch nichts zu tun hatten, ist eine Crowdfunding-Plattform. Dahin wenden sich Hersteller oder Entwickler, die ein Produkt gerne marktreif zur Verfügung stellen möchten, also verkaufen möchten, und die dafür aber entsprechendes Geld einsammeln müssen, um überhaupt zu einer fertigen Produktion zu kommen. Und das nennt man Crowdfunding, das heißt, da kann jeder, da kannst du, da kann ich, seinen Teil dazu beitragen und sozusagen ein paar Euro zur Verfügung stellen, um das zu unterstützen. Und im Gegenzug erhältst du dann dieses Produkt etwas preiswerter, als der, ich sag mal, Preis sein wird, wenn später das Wallet im Markt direkt erhältlich ist. Ja, und in dieser Phase befinden wir uns derzeit. Das heißt, diese Kickstarter-Kampagne ist noch live. Und ihr könnt, wenn ihr euch dafür interessiert, Link unterhalb dieses Videos, da mal reinschauen und da auch gerne mit dran teilnehmen. Aber genug zum Thema Kickstarter, jetzt möchte ich euch dieses Wallet vorstellen. Und was macht es aus meiner Sicht so interessant? Es löst eines der Probleme, das viele Wallets im Markt haben. Und zwar könnt ihr, Achtung, Münzen mit transportieren. Ihr bekommt hier also eine kleine, aus Aluminium gefräste Schublade mit, die genauso hoch ist, wie Münzen dick sind. Und die findet ihren Platz in dem Wallet. Und ihr könnt auf Münzen in eurer Hosentasche verzichten und habt in einer super schlanken kleinen Bauform die Möglichkeit, Münzen mit zu transportieren. Und das, finde ich, macht dieses Wallet wirklich, wirklich interessant. Ja, neben diesem Tray für die Münzen habt ihr natürlich die Möglichkeit, klassisch eure Karten, Plastikkarten mit zu transportieren. Ihr könnt die hier einfach nach oben schieben, auffächern, die passende Karte rausholen und nach dem Bezahlen hier oben seht ihr sogar, dass hier so eine schöne Schräge mit eingearbeitet wurde. Ihr könnt also die Karte einfach nehmen und hier wieder reinstecken, ohne dass ihr vorher irgendwie das Portmoney hier, das Slim Wallet auseinanderfächern müsst. Also das wurde vom Hersteller schon sehr, sehr sauber gelöst. Und ja, das ist die zweite Funktion. Die dritte, dann eben eure Geldscheine mit einem Gummiband mit zu transportieren. Und auch hier, finde ich, war der Hersteller sehr kreativ. Man ist nicht einfach hingegangen und hat das Gummiband um das gesamte Wallet rumgepackt, sondern hat das in das Wallet integriert. Ihr habt hier also unter dieser Aluminium-Platine eine Art Aufhängung, wo das Band einrastet und ihr könnt sogar die Länge von diesem Band variieren, indem ihr hier oben diese kleinen Torx-Schrauben abnehmt. Das könnt ihr einfach mit einem Torx 5, ist es glaube ich, ja, mit einem Torx 5 aufschrauben und könnt dann das Band etwas verkürzen oder verlängern. Das zeige ich euch gleich aber auch nochmal. Also die sehen nicht nur gut aus, diese Schrauben hier oben, sondern sie haben auch noch einen sinnhaften Hintergrund. Und ja, es sei noch so viel erwähnt, da das ein Prototyp ist. Dieser Teil hier innen ist im Moment aus einem 3D-Drucker stammend. Das wird dann in der finalen Version aber auch ein Aluminium-Stück sein. Ja, das ist jetzt eben noch bei dem Prototyp aus einem 3D-Drucker. Aber um die Funktion zu testen und alles auszuprobieren, ist das schon wirklich, wirklich super. Okay, ich würde sagen, bevor wir uns die einzelnen Punkte hier im Detail nochmal anschauen, noch eine letzte Funktion, die man so auf den ersten Blick nicht sehen kann, die aber mehr als wichtig ist. Und zwar die Möglichkeit, das Auslesen von Visa-Karten, also Kreditkarten, EC-Karten, Personalausweisen, Reisepässen, die über eine kontaktlose Bezahlmöglichkeit verfügen, das sieht man hier dran, verhindert dieses Wallet, dass das möglich ist. Weil, ich zeige euch das kurz, ich habe das Notebook angeschaltet, stelle mal hier mein Kartenlesegerät hin. Mittlerweile ist es möglich, ohne dass man so eine Karte in ein Lesegerät einstecken muss. Alleine durch das Aufhalten, ihr seht es, ich lege es nur oben drauf, halte es nur in die Nähe, kann die Karte ausgelesen werden und damit könnt ihr bezahlen, ohne dass ihr die Karte irgendwo in ein Lesegerät einstecken müsst. Und da liegt die Gefahr, weil es durchaus Angriffsmöglichkeiten gibt, wenn jemand hinter euch an der Kasse steht mit einem Lesegerät, kann er diese Karte auslesen und was Böses mit euren Kartendaten anstellen. Oder aber es gibt sogar Angriffsmöglichkeiten, dass Geräte so modifiziert wurden, dass man über deutlich größere Distanzen so Karten auslesen kann. Und deswegen, ganz wichtig, dieses Wallet hier hat eine integrierte Schutzfunktion, die dafür sorgt, dass das Auslesen nicht mehr möglich ist. Ich zeige euch das kurz. Ich halte das hier einfach so oben drüber, ist auslesbar. Ich nehme jetzt meine Karte und stecke die einfach mal in das Wallet mit rein. Und ihr seht, ich kann es drehen und wenden, wie ich möchte. Da ist nichts mehr auslesbar. Damit ihr seht, dass es nicht gefakt ist, ohne Videoschnitt, ohne alles, hole ich diese Karte jetzt hier raus und halte sie nochmal oben drüber. Und ihr seht, sofort ist sie wieder auslesbar. Und das ist neben dem Design, neben den Funktionen, neben der Möglichkeit, Kleingeld zu transportieren, in so einer kompakten Bauform, wie ich finde, eines mit der Argumente für ein solches Slim Wallet mit einer solchen Schutzfunktion. Okay, aber machen wir es mal auseinander und schauen es uns mal ein bisschen genauer an. Also hier die Möglichkeit, die Scheine zu transportieren, nehmen wir mal raus. Dann ziehen wir einfach mal die obere Platine ab. Das ist also hier ein schönes, sauberes Aluminiumstück. Das, das sich dahinter verbirgt, ist natürlich materialbedingt sehr, sehr leicht. Man fühlt auch nirgendwo einen Grat oder sowas. Also das ist super sauber verarbeitet. Dann diese Schublade. Das haben wir uns ja eben auch schon angeguckt. Ihr seht hier auch wirklich nochmal, dass die Schublade genauso dick ist, wie sie sein muss, um diese Geldmünzenstücke hier aufzunehmen, aber nicht unnötig viel dicker ist. Ihr könnt da natürlich auch SD-Karten, Schlüssel etc. drin transportieren. Also eine super Sache. Ist auch wirklich ohne die Münzen auch hier wieder super, super leicht. Dann habt ihr die andere Seite von dem Wallet wieder mit dem Alu. Dahinter, das ist im Moment dieser 3D gedruckte Bereich. Der wird, wie gesagt, später, ich mache es mal ein bisschen heller für euch, dann auch aus dem Aluminium daherkommen. Und ja, da, wie gesagt, hier oben diese abgeschrägte Form, damit ihr die Karten sauber einstecken könnt. Und auch hier möchte ich euch jetzt gerne nochmal diese besagte Option zeigen, das Wallet oder das Gummiband zu verstellen, indem ich das hier einfach mal hier hinlege und die Schrauben öffne und euch diesen Mechanismus mal zeige. Da müsst ihr jetzt aber nicht mit dranbleiben. Ich springe einfach zu dem Punkt, bis die Schrauben alle geöffnet sind. Die Schrauben sind ab. Ich nehme jetzt mal diese Aluminium-Platine runter. Und dann seht ihr das Innenleben. Ihr habt hier also, ich nehme es mal raus, so eine Art Stegführung. Und das Band, das Gummiband, hängt hier ganz einfach an so einem Bolzen dran. Und den könnt ihr entweder in die vordere Nut reinlegen oder in die hintere und somit das Band etwas verlängern oder verkürzen. Und das eben auf beiden Seiten. Ist insbesondere dann interessant, wenn ihr entweder sehr wenig oder sehr viele Karten transportiert, dann könnt ihr die Länge von diesem Gummiband entsprechend mit anpassen. Finde ich eine super interessante, interessant gelöste Geschichte. Und dann hinterher packt man einfach wieder das Aluminium oben drauf. Damit wird das Ganze gesichert und kann auch nicht rausrutschen. Wird wieder ordentlich verschraubt. Sieht zudem auch noch schick mit aus. Mit diesen Zierschrauben oben. Und gefällt mir alles in allem richtig gut. Und das war im Grunde auch mein Fazit. Ihr bekommt hier also ein Wallet, das A die Möglichkeit hat, Münzen mitzutransportieren. Es in sich ein sehr, sehr leichtes Produkt ist. Die Karten können sehr schön leicht und einfach entnommen werden. Und ja, gefällt mir unterm Strich richtig, richtig gut. Und nochmal zum Abschluss, wenn ihr daran teilhaben möchtet, dass dieses Produkt auf den Markt kommt und ihr auch zugreifen möchtet zu einem vergünstigten Preis, dann schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung mit rein. Da ist ein Link zu dieser Kickstarter-Kampagne. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle für euer freundliches Zusehen. Würde mich über einen Daumen nach oben, noch ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal.